Und? Hörst du mit einem Sonnenschein bummen, du an den Arm oder an den Füßen? Nein! Oh! Und hast du Kose? Hau auf dem Regador! Weisst du warum? Nur weil du nicht willst, als du dein T-Shirt anwolltest. Du musst doch ein paar Arme kämpfen. Oh, ich war ein Leder und nicht mit dem T-Shirt. Flasch! Ich habe nichts! Das ist Flasch! Ganz klein! Soll ich jetzt nicht klagen? Du bist ja selber geschuldet. Wenn du nicht eingeschlafen wachst, auf dem Sonnenschein, hast du das Ding. Soll ich dich gerade ab? Es tut mir leid. Aber da habe ich nicht alles zu machen. Und die Oma, ich habe nicht gewagt, dass du es zu tun hast. Soll ich dich gerade ab? Ah, jemanns will. Ein Haufen Dings. Heute sage ich die Geiz. Ich decidier's nicht allein. Oh, und was ist das? Ich bin eine Person, die mich geil ausgibt. Ja, wir kennen etwas mit seiner Mama. Ja, weisst du noch, wenn wir mit einer so einer unterschreiben, kann man nicht zurück. Schau! Ich habe noch vor Jahren ja gesagt. Und jetzt muss ich ja servieren. So, ich stoll, Tali. Nicht unsere Mobi-Lohne. Aber jetzt erlangt. Ich zwei halte jetzt das Müll. Hey, was warst du gelacht? Und dann, wo Lamma. Wir machen ja auf unsere Terrasse! Wollen wir aus der Stadt? So sind wir auf unserer Terrasse! Nicht wo geschüsst, Herr? Ich glaube doch, wo noch nie... Ich habe schon die Trommel anfangs, sag ich aus dem Tor! Ochtung! Ganz nah! Und der Tor bin ich schon offen! Hey, gerade! Selbst in unserem Stall hat er jene Kühe ihrer Zeit... Ist jetzt der Kühlkühl nach einem kleinen Dunkelziner Kühe ein? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Merci, Maida! So bin ich wenigstens! Ja, oder Freitag? Oh, du schüttest! Du riechst mit einem Mobilum! Hast du gut verstanden? Also! Hey, Mut, ich kann einen Pfingst mitgeben und nicht dafür! Sonst bin ich gekommen zu sehen, der Mobilum und mehr verdoppeln! Hey, du kennst mich an! Ja, schau nicht! In Zweifel draußen in die Karte Nummer 2 kommt! Wollt du lustig machen? Ja, schau nicht! Dann bin ich ja nur gestandig unten, dass du in die Mühe gehst! Aha! Äh, 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 äh... War man lustig? Schau! Geh mal mit auf Rezeption! So! Ich darf mal etwas verfahren! Ja! Ich bleib hier! Ja, ich bleib hier! Ich würde es nicht schreien, oder? Ja! Ja! Ich meine, wir treten immer miteinander verhandeln, so hohe, dass ihr am besten an den Männern zog! Ja! 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 Ich meine, die Karte, das überlegt sich erst eine halbe Stunde, was ich sagen will! Ja! 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 und deine Kadala ist nicht alle, wie du entspülle! Nicht alle, cohe! Dann meint sie heisst, du wie frage Stelle! Ist die Gruppe um mir heisst! wahr? Ja, ricke? Ja! Gute Brüte! Dabst du? Je? Je? Ja... Jaja... Je nehmt u wel... Je fool? Ja... 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die ist nicht schlecht! Ooooo, aber der Ries! Der ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht! Die ziehen sich nicht auf. Wenn ich mir alles mache, kann ich das nicht tun! Ich hab häcklen! Jjaaahhhhhhh!!!! Die haben einen Flack auf den Laufmann. Ich habe einen Flügel. Ich hab nicht gemusst, ob ich es sch Stories kommt. Ich bin ein Flasrisch. Ich muss da mit mir schreien. Die neue Lowie! Die neue Lose kommt in den Ebenen! Gehen dann jetzt! Na ja, immer so stark hier! Gott, Gott, los geht es! Vielen Dank.